Hallo liebe Tennis-Freunde, ich bin Albi vom Tennis-Magazin. Wir haben ein Paket von Dunlop bekommen und genau das möchte ich gerne mit euch heute auspacken. Ich habe einige Sachen alles in blau gehalten, meine Lieblingsfarbe. Dann schauen wir uns erstmal den Schläger an und zwar haben wir hier den Dunlop FX500, den hatten wir auch gerade in unserem aktuellen Tennis-Magazin Schläger-Test. Er hat ein Gewicht von 300 Gramm, eine Schlagfläche von 645 Quadratzentimetern und ein Beseitungsmuster von 16 x 19. Das Schwunggewicht ist ungefähr 332 Gramm, das haben wir getestet und daher ist dieser Schläger geeignet für höherklassige Punktspieler oder auch Turnierspieler. Der Dunlop FX500 wird gespielt unter anderem von dem Australier Max Purcell, der ist amtierender Wimbledon-Sieger im Doppel und dem Briten Jack Draper. Die FX-Serie von Dunlop ist, wie man sieht, komplett in blau gehalten mit leichten Schwarztönen und besteht aus fünf Premium-Rackets, wozu auch der FX500 gehört, zwei Team-Rackets und acht Union-Rackets. Passend zum Schläger, die passende Seite, die Dunlop Explosive Speed für noch mehr Geschwindigkeit und Power. Das haben wir noch, einen Rucksack in blau, passend zum Schläger, mit dem man alles nötige leicht transportieren kann. Dazu haben wir noch hier den offiziellen Spielball der Australian Open von Dunlop. Dunlop ist für fünf weitere Jahre Ballpartner bei den Australopen und was nicht fehlen darf, ein Katalog mit allen Dunlop-Produkten aus 2023. Liebe Tennisfreunde, jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt den Dunlop FX500 samt Seite, Ball, Rucksack und den passenden Katalog dazu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, geht auf unsere Website tennismagazin.de und nehmt dann an unserem Gewinnspiel teil. Viel Erfolg und dem möglichen Gewinner oder der Gewinnerin viel Spaß mit dem FX500. Musik Musik Musik